Hallo Leute! Herzlich Willkommen wieder bei Minecraft Days! Ich hab schon nicht geschaut, welche Teck haben wir, aber mir ist scheißegal. Wir machen weiter... Äh, apropos, ich bin langsam, hab ich Hunger. Merke ich das? Äh, hab ich genug noch. So, jetzt, äh, da ist es gut aus. Was ich wollte jetzt machen... Ah ja! Wir wollten die... Ob, aber erstmal, bevor wir hier machen, brauche ich noch sehr viel Sand. Sehr viel Sand. Hier ist... Und ja, ja, fangen wir mit an. Ich glaube, es ist langweilig, mit dem Sand zu abbauen und so weiter. Hä? Wie ist Wasser das? Na klar! WTF? Haha! Es ist so kalt! Was ist weg?! Woah! Ohh. Aches noch eine? Na scheiße hab ich nicht. S초 da, dann hab ich hier. Äh, was wollte ich noch machen? Lalalala! Ehhhh, wie viel Sand... Ah ja... merc es haben wir schon... was soll ich sagen? ist es zu offen? OVEN! Oh, Eisnagel noch Zu offen mache ich das rein OOOOOO Da ist noch was noch Ah ja, ich muss noch die Stoffen machen Stöcke? Stock? Stock? Äh nein So, mich befriedigen Befriedigen? Klar, äh Wir haben sie perversig angehört Aber ihr hattet nicht das gemeint Alter, nehme ich zwei Sofort, bevor wir sie schon wieder kaputt Zack, haben wir So, und jetzt Gehen weiter Der Freitag ist vorbei Bis ich jetzt überdenke, dass diese Teile fertig haben Überlegen Okay Yeah Oh, oh oh Wir sind's schon Äh, das mache ich Immer will ich schon Wie die Sonne ist gleich Ja, das gleich will Okay Bei meinem Kollegen hab gesagt Das geht so was wie So, ja Geht's schneller Seht ihr? Ein Trick Zack Das nochmal mit Kies und mit Scheiße Was ist das für Scheiße? Was ist das für Scheiße? Mann Ich brauche Erde, Erde, wo ist er Erde, Erde, Erde Erde, 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 Erde So So Was alles hier ist Was ist zu Jetzt schon wieder Wasser kommt nicht rein Zack Zack So Wie sieht das Wasser aus? Nein Da machen wir das auch Hier Ja Hier Egal Wir schnuppeln und wir machen weiter Ja Langsam Jetzt viel So Wie fahren wir? Okay So viel haben wir auch nicht Ich sehe Äh Ja Ah Jetzt 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 So Zack 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 Ich bin froh Oh Junge Schon wieder Äh Okay Alter Alter Was zukele Fuck Sie sind brutal bei mir Warte? Ja jetzt Ruhe So Und jetzt Mal sehen Was machen wir jetzt Papa Juuuuh Ich schreibe wirklich Ich höre sehr praktisch dieser Trick Das Kiss Sehr viel Kiss Oh Scheiße Leck Also Langsam halt Reicht Und Die Nur Bis Diese Zack Hab ich schon So So Haben wir alle Äh Jetzt Wie komme ich da oben? Nach oben? Das ist ja nicht voll Saugen sie dir So Zack 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 Haben wir hier schon So 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 Mhm Das habe ich mehr Und So Das auch Sand haben wir Und In dieser Zeit Können wir Open Lykos machen Ich Axt Äh Diese lassen wir Ja Wie gesagt Ja Wie gesagt Genau Wie gesagt Ründer gesprungen So Wie gesagt Ja Wie gesagt Ja Ein bisschen haben wir noch Wie gesagt Wie gesagt Wegen Diese Sachen Habe ich sehr lang Gebraucht Aber leider nicht Gott sei Dank Leider nicht Gott sei Dank Soll ich sagen So Jetzt Äh Wo ist diese Da ist der So Ich Also das ist meine Hand Geil Ich denke Was ist das? Was haben wir immer gesagt Das Hä 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 What the fuck Ich gehe ich Ich gehe auch Okay Ich gehe da Ja nein Nein Tatsächlich Das wollte ich nicht Nein Oh Junge Bis So Gleich Wir werden uns sehen Wie Platz brauchen wir noch Weg oben finde ich Das ist die kleinste Problem Äh Ja Zack Zack Kam schon Noch hier Balken machen Dann fertig So Jetzt müssen wir die Tür machen Drei Scheiße Scheiße Warte Schau ich kurz Warte Schau ich kurz Noch Tür Irgendwie Ja Hab ich Tür aber die Falsche Scheiße Da haben wir noch Nein Was haben wir da mal Boah geil Da haben wir Egal machen wir noch einmal Eine Zack 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 Nein, das ist der Knopf! Zack, zack, zack! Sollte das sein? Nein, das stimmt nicht so! Nee, das stimmt nicht! Eyyy, eyyy! So! Zalaga ist noch nicht fertig, aber der Tag ist leider zu Ende! Leute! Der Glas werde sich vielleicht bald fertig machen! Naja... Ich weiß es nicht, ey, komm! EIN GAL machen wir noch! Mach ich noch einen, ne? Mach ich zweimal! Zack, zack, zack! Ah, wie schon, schon! So! Aber dafür brauchen wir noch Kohle! Wo ist diese Kohle? Kohle, Kohle, Kohle! Kohle, 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 Kohle! Jetzt werden wir noch schneller! Wo ist die Kohle? Kohle! Die selten Sand! Mach ich hier rein! Und die Hälfte! Mach ich hier rein! Ich werde noch schneller! Okay Leute! Ich werde sagen, das war, glaube ich, Nacht! Ja klar, Nacht! Jetzt schneller sehe ich es schon! Ja Leute! Das war's! Ich freue mich, dass ihr hier angeschaltet habt! Und mal sehen, was erwartet! Nächste Folge! Und was habe ich nächstes Mal vor? Und ja! Bis nächstes Mal! Ciao! Jetzt habe ich noch einen Moment! Vielen Dank.